ja hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer let's in die runde einer weiteren heute mit dem spiel spooky's house of jumpscares endlich mal ein horror let's play keine ahnung ich habe mal auf twitter gefragt gehabt ob ihr euch das angucken würdet auch ohne facecam und der größte teil mochte kekse ja so und ich würde sagen wir starten einfach ja es wie gesagt ein horrorspiel mit ganz vielen jumpscares ich habe keine ahnung wie das spiel ist ich habe noch nie gespielt ich habe es nur empfohlen bekommen von den guten titels und ja es ist halt ein indie horrorspiel das ist umsonst das ist wichtig umsonst gibt auf steam also wenn ihr das auch spielen wollt dann könnt ihr da einfach mal bei steam spookys house of jumpscares eingeben und dann könnt ihr das kostenlos da das gibt es seit dem 24 april also seit freitag ja und hier wird euch nochmal erklärt wer das funktioniert aha mit shift oh man kann der biebchen benutzen alles klar so auf jeden fall hi spooky wie geht's dir spooky hast ein wirklich schönes haus hier klar klar was 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 sie weiß nicht was am ende wartet oder ein was sollen wir jetzt zu tun okay also das ist bookies haus das war eben spooky habt ihr gesehen spooky ist eine ganz süße und anscheinend hat ihr haus das ist wenn ich hier raus gehe aktiviere ich das geht nicht okay wir können nicht raus online anscheinend hat ihr aus haus über 1000 räume ich würde sagen wir laufen einfach mal los oder sind wir im ersten raum oder ein okay was sehen wir wir sehen oben links unsere leben dann darunter einen grünen ball das okay wenn ich schiff drücke dann geht das weiter runter und ihr haus sieht wirklich wunderschön aus sieht zwar eher aus wie ein keller aber gut wo sind das denn die räume das sind komische räume hier ist ja nichts drin aber ich vermute es ist lila ich vermute einfach mal in den ersten räumen passiert doch überhaupt nichts vor allem wenn es halt 1000 räume gibt das sollte groß passieren hier passiert schon nix haus auf jumpscares hat dass ich nicht lache dass der viel größer dieser raum ich weiß auch nicht ob wir irgendwas suchen müssen oder so irgendwelche schlüssel oder sowas kann sein nicht dass ich dann irgendwann zurück laufen muss da ist ein f an der wand oder es ist einfach nur ein riss man kann zwei verschieben und nein man kann drei verschiedene ok wir gehen in der mitte die mitte ist immer gut die goldene mitte so bin ich aber gespannt wann hier das was eine kerze kann man springen ne leute eine kerze in raum acht ist eine kerze merkt euch das oh okay sehr interessant ja ja ich laufe einfach mal weiter bis irgendwas passiert die bilder wurden rausgerissen oh gott und wo kommen die stühle und tische aber hier sieht es wenigstens ganz okay aus hier hier sitze ich dann immer und gucken wir meine sogar so ein glitzer effekt wenn man die anguckt dann gucke ich mir mal meine fackeln an das ist die beste ecke des raumes wenn ihr die ecke habt dann habt ihr schon geworden dann könnt ihr den ganzen tag verbringen schön hier okay gehen wir einfach mal weiter wir müssen ja herausfinden was ganz am ende auf uns wartet also bisher habe ich noch keine angst nicht ehrlich bin aber ich schau mal ganz schön anstrengend hier durchzulaufen wenn ich ehrlich bin lalala 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 ach so es ist übrigens gerade einmal morgens am sonntag ja also 26 der sonntag april das ist ein hübsches bild so ein rauchbild das hat was okay wenn ich links klick drücke passiert übrigens nix da stand ja irgendwo dass das weepen ist aber da passiert auf jeden fall erst mal nix so raum 18 musik geil passiert jetzt doch was da hängt wer schöne zeichnung würde ich auf jeden fall auch kaufen so was das hier weiß man dich jeden fall schöner teppich aber da ach das ist bestimmt das baby von der morgens ist lieb ja ja bestimmt können wir das lesen 8 tatsache at first this place just seem cute ja also es ist hier süß und wir sind jetzt schon ein paar tage keine ahnung ich glaube irgendwas beobachtet mich es ist nicht romantisch okay wisst ihr bescheid wie ups oder ich darf das nicht mal mitnehmen oder was okay dann lassen wir die notiz dafür den nächsten der hier mal vorbeikommt damit er auch bescheid weiß was hier abgeht so und es kann gut sein dass gleich meine eltern reinkommen und sagen ich soll die fresse halten also so sagen sie es nicht die sagen kann ich ein bisschen leiser sein aber mal gucken vielleicht schreie ich ja auch gar nicht also bisher ist ja noch nicht wirklich was passiert sechs minuten in game nix passiert wie sie ich bin der beste spookies house of jumpscares player ever oder so haben mir gefallen diese rauch bilder die sind ganz cool die mag ich was aber da hand sieht auch ganz hübsch aus muss man ja mal sagen diese räume gefallen mir allerdings nicht so gut obwohl ich die farbe lila eigentlich mag und für euren tag so seid ihr auch durch 33 räume gelaufen ich hoffe nur wir müssen uns den weg zurück nicht merken ein piano da will ich hin gibt es irgendwo eine band oder so ich würde gern musizieren geht das jetzt will ich das piano finden oh gott scheiße hi alter guck mal das ist so süß es ist süß ich habe mich voll erschrocken boah hilfe hi da du hast dich aber schön verkleidet zu halloween guck mal er ist auch süß so ein blödes wie heißen die dinger die musik hört sich nicht gut an ich habe mich richtig erschrocken das ist ein kürbis kürbis heißen die oder oh gott ich bin gerade richtig komisch daran vorbeigeglittert okay hab dich lieb bis später erschreckt mich nicht noch mal so okay danke oh gott ich hab die ganze maus verzogen alter okay okay ich habe jetzt vielleicht doch ein bisschen respekt vor dem spiel aber da war ja eigentlich ganz süß okay wenn die alle so süß sind ich habe damit jetzt nur nicht gerechnet dass das jetzt schon kommt oh gott jetzt habe ich die ganze zeit angst jetzt schon vor allem einfach nach 37 räumen ach guck mal aber so langsam richtet sich das hier alles ein hübsch hübsch oh mann ja okay ich hab dich immer noch lieb da lässt du mich bitte vorbei danke oh mann mein kopfhörer der fliegt mir gleich noch ab also wenn ich jetzt gleich gegen das mikrofon irgendwie schlage oder so dann tut es mir leid kann aber sehr gut passieren so was steht hier ich glaube wir sollten das nicht lesen was ich weiß irgendwas folgt mir äh keine ahnung äh ich hoffe ich bin hier bald raus bla bla destillation don't run out of ink ach so hier war schon irgendjemand vor uns hier drin und der schreibt uns das gerade alles ich würde das gerne weglegen danke so ja also der lebte ja auch noch bis hierher das sieht interessant aus ja ja mal gucken okay mhm ja okay raum 45 gut überstanden ich bin mal gespannt was raum 55 ist das ist ja meine glückszahl vielleicht passiert da ja etwas richtig tolles hab ich oh shit ey oh mann es ist eigentlich sausüß alles aufgebaut hier es sieht alles so süß aus dann kommen da so komische kürbisse die ja ihn trotzdem erschrecken oh ok hang in there alles klar mach ich hier ist ein kreuz hübsch 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 was ist das hier ich hab keine ahnung wir lesen einfach mal den zettel tinte er schmeckt widerlich ich glaube ich glaube die Tinte zu trinken war keine romantische Idee ne das glaube ich allerdings auch nicht down ok bad down funktioniert das yeah yeah party party hübsch hübsch hübschh Welcher Punkt oder so? Es wird dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Nein! Oh, eine Tür. Okay, da dachte ich schon, da kommt jetzt vielleicht auch ein Jumpscare, aber nö. So, Raum 55 wird bestimmt toll. Warum hat man in einem Haus einen Kerker drin? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das ist total unlogisch. Und 55. Jetzt geht's ab. Sag ich doch. Raum 55 ist nämlich einfach ein Kinosaal. Guck, hier müsste einfach nur ein Beamer hin, hier oben. Und dann kann man hier geil gucken. Oder hier tanzt jemand. Okay, gehen wir weiter. Also irgendwie habe ich gerade Gänsehaut. Ich sing auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen, weil, um mich ein bisschen abzureagieren, wenn ich ehrlich bin. Sieht auch interessant aus. Was haben wir da? Okay. Auf jeden Fall guten Geschmack für Kunst hat der hat der Typ. Mir gefallen die Geräusche nicht. Was, wieso ist da was Grünes? Passiert da was, wenn ich darüber laufe? Das macht mich langsamer. Okay, gut zu wissen. Maybe I should look around first. Achso. Spoothing, splashing, soaking, innards, ingest, invoking. Nailing, never stops the choking. Jo, was? Was, was, was? Der verfolgt uns was? Was ist das? Nein, 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 nein. Verfolgt uns immer noch? Jo, okay, wir laufen weg. Wir laufen weg. Ich laufe weg. Aber der verfolgt uns jetzt nicht wirklich die ganze Zeit, oder? Rossa? Kann der durch die Wände gehen? Ja. Okay. Ich laufe da mal. Ich glaube, der verfolgt uns jetzt so lange, wie dieses grüne Zeug am Boden ist. Ah, ich kann nicht laufen. Oh, nee. Ah, Gott. Shit. Hallo, ich werde verfolgen. Da darf jetzt nicht noch so ein Ding da hinkommen. Lass mich gehen. Ich will gar nicht erst zurückgucken. Nee. Das ist... Ja, ja, ja. Ist mir egal. Wir Spänzer machen mir keine Angst. Okay, also scheinbar sind alle 50 Räume so ein Speicherpunkt. Verfolgt uns eigentlich immer... Oh, Mann, nein. Ja, er verfolgt uns immer noch. Was? Ich dachte, hier passiert erstmal ganz lange nichts. Weil im Hauptmenü... Gab es halt die Option, bis zu Raum 250 zu springen. Ich dachte einfach, bis zu Raum 250 passiert einfach gar nichts. So dachte ich. Aber jetzt verfolgt uns da einfach so ein grünes... Etwas. Was weiß ich, was das ist. Ich will weggehen. Ich will das nicht. Verfolgt uns immer noch. Hallo? Nicht? Okay. Wir sind frei. Da verfolgt uns nichts mehr. Oder wartet jetzt... Okay. Das war gruselig, einfach die Wand anzugucken. Nein. Wieso ist das locked? Oh Gott. Die Türen könntest du... Du bist süß. Hi. Sieht aus wie so ein kleines Pokémon oder sowas. Könnte locker ein Pokémon sein. Oh, was habe ich mich hier eingelassen? Aber das ist wenigstens nicht so ein Horrorspiel, wo man danach nicht mehr schlafen kann. Das ist trotzdem irgendwie witzig. Ich mag das. Ach nee, aber hier gibt es dann so Special-Gegner, die einfach folgen, oder wie? Oder ist das immer dasselbe? Na, da bin ich mal gespannt. Also die Bewertungen für dieses Spiel waren auf jeden Fall super. Waren sehr, sehr positiv. Die haben alle gesagt, ja, niedliches Spiel. Und trotz des niedlichen Aufbaus, trotzdem sehr erschreckend. Und, ja, kann ich... Kann ich so unterschreiben? Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Da ist auch Elba. Gleich haben wir die 100 erreicht. Easy. Ich will... Was ist das hier? Ich will einfach keine Nachrichten mehr lesen müssen. Was ist das? Hallo? Oh nein, der Katzen-DOS. Okay. Was können wir hier machen? Spicy Man 1. Ach. Ach, sieht man hier die ganzen Jumpscares, oder wie? Methode Heart Attack. Heart Attack. Willkommen zu Heart Attack. A Cardbound, bla 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 bla. Okay. Jetzt kann man sich die ganzen Leute hier angucken, oder wie? Ach, den kennen wir. Was bist du denn, Feiner? Typ aktiv. Total Fatalities 137, was auch immer das heißt. Physical Tearing. A mostly semi-solid based spectre frequency change metastates proved very effective against weaker or slower subjects. Ja, gut, dass wir laufen können. Was haben wir sonst noch so? Ih, was ist das denn? Active Intesting. Infectious Bite. Sieht aus wie so eine Spinne, oder sowas. Okay, interessant. Was haben wir sonst so? Okay, die will ich nicht antreffen. Auf keinen Fall. Das Bild ist ja schon sau gruselig. Consum- Was? Consumption? 40 Centi-Spirit, das war contained, relocated here. Tests have yet to be real. Okay, die will ich bitte nicht treffen. Dankeschön. Der sieht ganz okay aus. Methode Unknown. Der hatte sogar Brüste, das heißt, das war eine Frau. Und Error. Okay. Modify. Error. Alles klar. Vielleicht kommt das noch, oder... Ach, wir gehen auch einfach raus. Ja, können wir hier auch noch irgendwas machen? Nee. Okay, haben wir zumindest mal gesehen, was unsere Gegner so sind. Beziehungsweise, was unsere Verfolger sind. Die, die, die... Der passiert schon nix tolles mehr. Garantiert nicht, das war jetzt bestimmt das Schlimmste. Oh, Mann! Ich mich halt auch jedes Mal erschrecke. Aber eigentlich sind diese Dinger, die da rauskommen, gar nicht so schlimm, sondern die Musik... Der Sound, der immer abgespielt wird, der ist schlimm. Oh nein, ich muss lesen. Warum muss ich lesen? Was? I found something today that is a little bit romantic thirst. I woke today from a bright faint I found before we had a bottle of red wine. Oh, nice. I'm not sure what brand of year, for there is no label. All I gather is that it tasted strongly metallic. Aha. Ja. Einfach mal roten Wein trinken, von dem man nicht weiß, woher herkommt. Nachdem man aufwacht. Oh, Arcade? Mr. Spook. Ja, geil. Get ready. Okay. Sieht mir so aus. Genau. Hä? Warte, was? Oh Gott, was ist das? Eine Steuerung? Okay, ich habe irgendwen aufgegessen. Achso, ich bin das Ding hier. Ich bin dieser Geist. Ich fange dich. Was? Was? Bitte was? Ähm. Gut. Also wenn das Mädel, das wir gesehen haben, dieses Mädel ist und wir der Pac-Man sind, dann sieht es nicht gut aus um uns. Jetzt haben wir hier so Mall of the Spook. Okay. Ich steche euch alle ab. Ich steche euch alle ab. Ah. 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 Das ist ja... Iiii. Warum? Was haben sie dir getan? Ich steche euch trotzdem alle ab. Ich rasiere euch alle. Wie der Kopf halt überall platzt. Nein, wir haben ihn übersehen. Das hat er überlebt. Oh nein. Ach, unser Messer braucht Blut, um zu überleben, ja? Oh, die Musik ist geil. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Alle rasieren! Alle rasieren! Okay, kommt hier noch ein Boss oder so? Oh Gott, ich verliere! Ich muss mehr Leute töten! Aber wieso kommt hier überall diese... Ach, das ist Spooky! Das ist Spooky einfach nur, oder? Spooky verfolgt uns ja nicht! Spooky ist lieb! Spooky ist gut! Gott, wir haben gleich verloren! Nein! Messer! Du darfst jetzt noch nicht aufgeben! Oh! Spooky! Ach, wir sind Erster! Warte! Da sind wir Erster! Dizzy! Steht halt trotzdem Spooky drin! Okay! Was ist denn hier? Der geht noch nicht! Okay! Nett! Das war ein netter Raum! So eine kleine A-Kette im Haus ist immer schön! Ähm, okay! Was zum... Das gefällt mir nicht! Was ist das da hinten? Ich hoffe, das sind nur Fackeln! Sieht mir aber nach Fackeln aus! Kann man runterfallen? Nee! Äh... Links... Ist falsch! Okay, wenn... Wenn ein hier was verfolgt, dann ist Scheiße! Oh Gott! Kann man nach unten gucken? Okay, das ist einfach gar nichts! Komischer Raum! Wer entwirft so einen Raum? Oh Mann! Spinne! Hör auf! Ich zucke mal richtig zusammen! Das ist nicht normal! Ich hasse Horrorspiele! Ich hasse... Okay, dich... Du warst jetzt irgendwie nicht so erschreckend! Ich hasse Horrorspiele! Wieso spiele ich sowas? Ah! Hang in there! Okay! Zweite Stufe erreicht! I don't think that was mine! Was? Alles klar! Ab geht's weiter runter! Viel schlimmer kann das nicht mehr werden! Okay! Mhm... Dann würde ich aber sagen, ähm, beende ich hier den ersten Part, weil da geht jetzt schon 20 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute! Äh, morgen geht's dann weiter. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Also, wie gesagt, bis 250 möchte ich mindestens kommen. Und, ja, würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet. Bitte, bitte, bye. Und, tschüss.